Die Missionswoit Jesus Responde al Mundo de Oe bringt die Hoffnungswirtschaft mit Redner Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Bräune, liebe Sesta, wir leben in Ländern, wo viele Sünde sind. Wenn wir die Gäste gehen, wenn wir in die Stadt kommen, wie sie seine Fehler, was Gott nicht gefällt. Wenn wir die TV checken, oder wenn wir die News sehen, die Konjeden daher, wo Menschen umgebracht wurden, Probleme mit Drogs haben, wo Menschen viel schlechter tun. Und wenn wir dann beten, dass die Menschen gerne lernen, dann sehen wir auch, dass viele Menschen unsere Jäte anbeten. nicht bloß dem Gott von der Bibel. Viele Menschen, die in anderen Ländern wohnen, wo wir wohnen, die beten und die Jäte an. Und als Paulus dort seine Zeit, die Bibel redet davon, in Apostelgeschichte 17, dann wurde er in seinem anderen ganz abgericht. Er ging ganz abgericht. Er ging ganz abruld. Ich würde sagen, er war einfach ganz doll. Er konnte das nicht verdragen, zu sein, wo die Menschen von der Stadt andere Jäte anbeten. Er war ganz unmutig. Und dann fängt er an zu predigen von Jesus Christus. Und er fängt die Menschen das an zu sagen, dass das ein Wohnt, die Restjahwaas ist. So, liebe Freund, das ans das wir, weil wir sind das andere Menschen von der Jäte anbeten, das ans das wir, weil wir sind das das Völsch in dem Land wo wir leben verloren hat, oder ist uns das einfach anbeten. Sind wir ruhig schlappen, weil wir wissen, dass Millionen Menschen in eine Halle kommen und viele von denen unsere Ohrwärter sind? Irgendwo ist das nicht richtig. Herr Jesus, wir haben gesündigt. Wir haben die Oren taugen gemerkt. Wir haben nicht gehört, dass Millionen Menschen verloren gehen, die am uns ran wohnen. Ich bitte Herr, dass du uns ab wohnen. Und dass wir von die rädet sind. Amen. Wat er nächste moon mit Hoffnungsbündchen.